Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Jahreskreisfest und zwar um das aktuelle Imbolc. Imbolc ist auch wie Juul ein heidnisches Fest. Juul hatten wir am 21. Dezember und Imbolc baut auf Juul auf. An Juul wurde ja das Licht wiedergeboren und jetzt an Imbolc wird es immer stärker und stärker. Wir haben immer mehr Licht bzw. die Tage werden immer länger. Also das spüren wir, das sehen wir, weil die Sonne geht früher auf. Sie geht nicht mehr so früh unter. Also die Tage werden immer länger und auch immer wärmer. Das merken wir zumindest hier, wo ich wohne. Wir hatten jetzt die letzten Tage Minusgrade und so langsam haben wir die ganze Zeit Plusgrade. Im Moment sind sogar aktuell fast 4 Grad draußen. Plus wohlgemerkt. Nicht mehr Minus, wie wir es sonst hatten. Jetzt Schnee taucht auch langsam ab und es wird auch nicht mehr lange dauern, dann werden sich die ersten Pflanzen zeigen. Kokusse, Schneeglöckchen und wie sie alle heißen. Und ich finde das jedes Jahr wunderschön anzusehen. Und ja, das ist eins der Wunder der Natur. Also ja, Mutter Natur blüht langsam wieder auf. Sie wird wiedergeboren bzw. ja, kommt wieder zum Vorschein. Vorher hat sie ja Winterschlaf gehalten, war in der Erde verdeckt oder wir haben sie nicht mehr so ganz lebendschwar genommen. Im Herbst sind ja die Blätter von den Bäumen gefallen und im Winter haben wir halt so gut wie nichts, was blüht. Außer jetzt irgendwelche Beeren am E-Leg, die für Juhl stehen. Jetzt beginnt halt der Frühling so langsam. So im Beug feiern wir den Beginn des Frühlings. Deswegen werden halt auch viele Feuerkerzen entfacht. Oder auch man bereitet sich auf den Frühling mit körperlicher, seelischer, materieller Reinigung vor. Also ja, dass man sich wirklich jetzt so richtig auf das Frühjahr, auf den Frühling vorbereitet. Damit man wirklich frisch und neu, genauso wie die Natur, in den Frühling ins Aufkeimende oder selbst Aufkeimen kann vorbereitet. Und ja, wie da voll im Saft steht. Weil im Winter ist es so düster und kalt und da ziehen wir uns immer mehr zurück. Und im Frühling dann blühen wir alle auf, genauso wie die Natur. Und das ist wunderbar. Und das feiern wir halt an Imboig. Imboig ist auch das Fest der Göttin Brigitte. Und Brigitte symbolisiert halt Feuer und Licht. Und deswegen habe ich auch hinter mir auf meinem Altar, ja, meine großen Altarkerzen entfacht. Und auch einen kleinen Kerzenkreis und eine Laterne angezündet. Damit feiere ich so ein bisschen das Stärkerwerden des Lichts. Das ist jetzt so mein Brauch für Imboig. Viele backen auch ein bestimmtes Brot oder flechten das Kreuz, der prickelt aus Stroh oder anderen Materialien. Denn hinter mir habe ich auch das Kreuz der Prigilt illustriert gemalt auf meinem Altarbild, was ihr hier sehen könnt. Und ja, solltet ihr es nicht sehen können, blende ich es euch auch gleich mal ein. Hier seht ihr mein Bild zu Imboig mit dem Kreuz der Prigilt. Jedenfalls, ja, das ist so das Fest der Prigilt. Das Licht wird stärker. Wir haben mehr Licht, mehr Wärme. Und ja, es ist einfach wunderschön, dass so langsam die Natur wieder auftaucht oder halt wieder lebendig wird. Dass der Kreis des Lebens fortgesetzt wird. Dass halt nicht jetzt alles nur gestorben ist, sondern auch zum neuen Leben wieder erwacht. Beobachtet einfach mal jetzt die länger werdenden Tage und auch die ersten Pflanzen, die kommen werden die nächsten Tage. Und ja, seid bereit für den Frühling. Freut euch auf den Frühling. Endlich ist die Finsternis vorbei. Die Finsternis wird so langsam immer mehr besiegt. Das ist das, was Imboig verkörpert. Ich hoffe, ich konnte euch Imboig ein bisschen näher bringen. Es war zwar jetzt oberflächlich. Manche sagen auch, dass das christliche Lichtmess oder das christliche Lichterfest hierrauf fußt. Dafür gibt es jedoch keine Belege. Aber viele christliche Feste fußen ja auf heidnischen Festen, wie wir ja wissen. Jedenfalls geht es viel um Licht, Feuer und Wärme und Wiedergeburt. Ich hoffe, ich konnte euch Imboig ein bisschen näher bringen. Vielleicht habt ihr heute das erste Mal davon gehört. Mich würde aber auch interessieren, wenn ihr Imboig feiert, wie ihr es feiert. Schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch, wenn ihr mich abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und ich werde euch auch die kommenden Jahreskreisfeste erläutern und ein bisschen näher bringen. Das nächste ist Ostara und da feiern wir dann so richtig die Fruchtbarkeit. Da ist dann schon richtig Frühling. Und ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Frühling. Ich hoffe, bei euch wird es auch langsam wettermäßig, wieder besser und wärmer. Das Eis, Schnee und Klette wieder verschwinden. Und ja, feiert die kommenden Tage. Feiert den erwachenden Frühling, auf uns zukommenden Frühling. Und ja, spürt die Wärme. Schaut euch die Natur an, die langsam wieder erblüht. Und habt einfach eine wunderbare Zeit. Vielleicht sehen wir uns in meinem nächsten Video oder in einem meiner anderen Videos, was ich euch hier einblenden werde. Habt eine wundervolle Zeit. Tschüss.